Hallo, liebe YouTube-Gemeinde. Wir stehen hier in einer Gemeinde, die zu dem neuen Bezirk Ruhrmitte gehört. Die Fusion ist jetzt schon zwei Wochen alt und wie das bei einer Fusion so ist, man versucht Dinge zusammenzuführen. Verschiedene Kreise und Ebenen werden zusammengeführt, aber wir haben ein Problem. Wir kriegen es nicht bei dem YouTube-Kanal hin, denn das ist technisch nicht möglich, dass verschiedene YouTube-Kanäle zusammengeführt werden. Und im Moment ist es so, dass in Essen ein YouTube-Kanal besteht und auch in Gelsenkirchen. Und wir haben jetzt entscheiden müssen, was tun wir und die Entscheidung ist ganz rationell gefallen. Und zwar haben wir uns dafür entschieden, dass der Kanal mit den meisten Abonnenten, das ist in Essen fast 1000, bestehen bleibt. Und die Gelsenkirchener Seite mit 300 Abonnenten, dass wir die auslaufen lassen werden. Wir würden euch bitten, abonniert jetzt diesen neuen Kanal, damit keiner ein Video verpasst oder Informationen, die wir auf diesem Kanal bereitstellen. Viel Freude mit dem Kanal, schaut bald mal rein, denn es gibt schon in Kürze ein neues Video.